Moin moin und willkommen zurück nach einer langen Reise. Einmal quer über Nordend stehen wir vor den Toren des Turms von Ottgarde und werden dort jetzt reingehen und den König töten. War das ein König? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der letzte ist ein König. Bald nicht mehr. Und wir können die Quest annehmen, na siehste. Gut, dass wir gefa- Schönen Tag auch. Was geht euch durch den Kopf? Schön, dass wir uns jetzt hier nicht, äh, ja doch, wir werden wahrscheinlich uns trotzdem streiten um die Dinger, die wir einsammeln müssen. Ich kenn uns doch. Ach so, ja, aber gut. Sehr übersichtlich. Ich muss näher. So, wie wir auf dem Pflug hierhin schon bemerkt haben, erwarten wir keine größeren Vorkommnisse mehr, weil die beiden Innis, die so ätzend sind, haben wir jetzt eigentlich hinter uns. Hallen der Blitze und Oculus und so, wo man sich halt früher immer so ein bisschen geärgert hat, wenn das Daily war. Ja. Genau. Jetzt kommen nur noch schöne Innis, auch wenn der mir gerade ziemlich Jojoa. Das Ring gedrückt hat. Du hast Gift drauf. Entgifte dich mal bitte. Geht nicht, das ist eine Infektion. Was? Aber jetzt ist sie weg. Das hat nämlich an mir Schaden gemacht. Sonst wäre es gar nicht aufgefallen, wa? Sonst wäre es mir komplett egal. Aha. Wer nimmt denn sich da was mit? Ey, das ist jetzt weg. Ja, aber ich habe es genommen. Okay. Wer sich den Rücken hauen lässt, kriegt auf die Mütze. Putt kommt auch noch. Naja. Ich komme schon. Dings steht. Ich weiß zwar nicht, was Dings ist, aber... Stun. So, apropos, ich könnte ja auch mal stunnen. Der war durch. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Ah, hallo und willkommen. Pro Vodkart. Die haben ja vorne die ersten Gruppen rausgepatcht. Ja. Aber dafür haben sie jetzt hier ein paar Leichnamen so hingelegt. Und guck mal, ach, Gelette in Form von Ork und Taure liegen auch da. Das sind halt die beliebtesten Klassen, wa? Ja. Vor allem Klassen. Sind das nicht eher Rassen? Ja, Klasse-Rassen sind das halt. Es ist immer noch mittags mittlerweile. Und wir sind heute eigentlich nur Knöpfe, weil wir gibt es noch nicht. Richtig. Ich muss nämlich noch zur Schule, ansonsten wäre mir das auch egal. Ja, ich kann mir das auch nicht runternehmen. Aua, heil mich mal. Danke. Noch elf Sekunden habe ich den Scheiß. Dich folgt daran nicht, ey. Heil dich. Ist das von den Dicken, wa? Schauber. Die mag ich nicht. Stell dich mal nicht zu mir. Ich bin ja schon wieder entkontaminiert. Drei. Warte. Drei. Ey, du... Du musst schon sehen. Was denn? Ich habe gerade noch die Kippe ausgemacht. Du musst schon sehen, wie du mir hilfst, da. Ganz viel. Vor allem hätte ich hier Orlene nicht gekriegt. Ja, ja. Ich weiß ja. Feiner. Feiner. Wehe, der macht mich hier wieder so... ...insektig. Ja. Kann man schön mit dir machen. Ne. Macht er nicht. Macht er auch nicht. Sehr schön. Schnell, ich habe keinen Instant. Meisterschaft, ich liebe es. Mhm. Endlich spielt sich der Schamane wie ein Schamane, ey. Mit irgendwelchen Zaubern, die man macht, obwohl man schon lange eine Schmäh gedrückt hat. Nein. Meins, meins, meins. Scheiß. Ja. Nein, 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 da vernehme ich das da vorne mit, wo wir nur eins von brauchen, das einzige in der ganzen Indie ist. Glaube ich nicht. Na und? Wollen wir den Boss auslassen? Natürlich nicht. Ach, den Dicken können wir schon mal holen. So wie früher. Ja. Aua. Ich musste das Ding... Wenn der mich anspuckt, ey. Nee, mich hat er. Okay, ich bin mal weg. Und es gibt hier wahrscheinlich keinen Cut. Der Postman kommt. Ich stehe euch zu Befehl, mein König. Eure erste Prüfung wartet. Vernichtet die Eindringlinge. Mit Vergnügen töt' ich sie in eurem Namen. Kommt, Feinde der Geisel. Ich zeige euch die Macht des Lichtkönigs. Ich werde eure Seelen unterjochen. Ich bin wieder da. Du kriegst eine Heilung. Und? Bist du jetzt schon Tabasco-Reicher? Ich habe jetzt wieder einen Monatsvorrat Tabasco, ja. Ich werde voll... eng verbunden. Wenn du mich aus diesem Gefängnis befreien würdest. Mach' ich. So, ich brauche dich hier oben. Sehr schön. Von wegen, es gibt hier einen kleinen Cut. Wie überflüssig ich bin. Nö, ohne dich wäre ich gestorben. Gut. Du musstest mich da raushauen. Stimmt, stimmt. Ha, wenn das alles... Ist das nicht schön, wenn die Dinge so passen? Ja. Wenn sie passen, ist das schön. Oh, die habe ich voll. Bist du fertig, wa? Ja. Ich auch. Du Wichser. Mach Schaden. Mach du doch Schaden. Hallo, heimlich. Oh, du stirbst. Ja, sag doch einen Ton. Ich kann ja keiner ahnen, dass du hier nicht alleine zurechtkommst. Nein, ich will nicht sterben. Aber erst mal looten werden. Statt zu sterben. Du hast ja schon einen Lootungseffekt drauf gehabt, hättest du oder so. Wäre dich das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Bist du jetzt schon komplett fertig mit der Sammelquest? Ne, ich brauche noch einen Glänzendoss und einen Goldener. Nur der noch. Das habe ich ja schon alle. Und Kelsch brauche ich noch, den Rest habe ich. Bin ich mal gespannt, wer zuerst fertig ist. Jetzt hattest du gerade gestunt. So, Kelsch, Kelsch, kein Kelsch. Ich starte mal den Boss. Es sei denn, irgendwo liegt noch das Ding rum, was ich brauche. Oh, vielleicht machen wir die Gruppe erst noch. Ach so, ja. Nicht die schlechteste Idee. Hallo, Alter. Hallo, Alter. Jetzt habe ich aber schön daneben gehauen die ganze Zeit. Verfehlt oder? Ne, ne, ich habe Tasten daneben gehauen. Schön. Verfehlen, wisst du? Ich doch nicht. Nicht? Jetzt kamen hier nur zwei, oder? Auf den Normal. Normal kommen nur zwei. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das Ding. Hallo, Sticker. Er kann nix. Und Heilung. Du sollst nicht schon gucken habt, ob du den Scheiß da looten kannst. Warum nicht? Weil ich hier kämpfe. Du kämpfst? Ja. Als ob du kämpfst. Du lässt es ja einen Puffer holen. Wenn du denkst, du kämpfst, dann denkst du nur, du kämpfst. Denn beim Kämpfen der Gedanken... Oh, ich habe gelöst mir. Danke. Hilfe. Viecher. Zuhörte sie. Ich bin vergiftet. Ich kann mich entgiften. Diesmal konnte ich es mir runternehmen. Den ganzen Kram spare ich mir für den nächsten Boss, weil wenn er seinen Wirbel scheißt, würde ich gerne vermeiden. Durchbohren auf mir, dem wichtigsten Mitglied dieser Gruppe. Mitglied vielleicht, aber wichtig? Ich weiß nicht. Soll ich dich den nächsten Boss allein machen lassen? Nein. Das ist wie so ein Kelch für dich. Juhu. Na, wer ist jetzt der Erste, der die Quest fertig hat? Du? Ja. Achso. Guck mal, der hat meinen Drachen. Glänzendes Schmuckstück. Ja, leider kann ich den jetzt nicht droppen. Vielleicht sollten wir nicht ganz bis nach vorne gehen. Doch. Rein da jetzt. Hoppi galoppi. Die von der Ehren sind rum. Passt. Hm. Passt. Schick dir mal ihn vorbei. So, der kommt rechts. Ah, wo kommst du denn her? Von da hinten. Das ist noch kein Apunen-Männer. So, warte, ich sag's dir gleich an. Kommt links. Fuck, das war die falsche Taste. Mann, 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 was ist die denn? Oh, deine Harpoon? Ja. Der kommt dann auch gleich, wenn er das nächste Mal da ist. Gut. Er kommt jetzt. Sehr geil. Sehr geil. Ich nehm dir den Scheiß mal runter. Scheiß runternehmen ist das Beste. Easy. Und Rinder. Nee, ich muss ja so lange der Elend noch. T-t-t-t. Ach. Du hast das Spielprinzip begriffen. Oh, ich sterbe gleich. Uh, da hält der dann schon viel aus, der Dicke. Ja. Tun sie schon die ganze Zeit. Und du hast die Kretze. Jetzt muss ich mich mal zu bespucken. Geht ja auch nur noch 20 Sekunden. Hm. So, dich will ich. Okay. Einmal durch die Treppe gechargt. Sehr geil. Stirb nicht. Stirb, tu doch nicht. Ich sterb niemals. Wollen wir nochmal zurückspulen? Das war ja ein Anzeigefehler. Mit der PUT? Was? Nicht reinchargen, zieht man zurück. Ja, macht man jetzt so. Ich bin verängstigt. Ja, genau deswegen zieht man die auch zurück. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich auch nicht. Ich wollte meine Quests abgeben. Redet mit mir. Seid auf der Hut. So, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Äh, ja, cool. Du lebst noch? Warum lebst du denn noch? Ach. Dann hätte ich ja gar nicht freilassen müssen, brauchen dürfen. Ankh. Ich habe keine Ahnung, dass du den Ankh mal richtig einsetzt. Ja, das stimmt. Das ist einer der wenigen Male. So, kommst du ja bald mal her. Mein Gott, ey. Immer muss man auf dich warten. Mein Energydrink ist alle. Das kann ein bisschen dauern. Und da hast du jetzt nicht genug Energy, um herzukommen, oder was? Ne. Obwohl, doch, ich habe 100 Energy. Bei der Katze jedenfalls. Sollte reichen. Ja, aber das macht ja nicht das... Also, hätte ich 100 Energy, äh... Dann? Ich würde mich wahrscheinlich kaum auf den Beinen halten. Also, nee. Das ist komisch ausgedrückt. Ja. Äh, was auch immer. Ich würde gerne den Blizzard-Mitarbeitern mal 100 Energy wünschen, die meinen Fraktionswechsel, der heraussteht, irgendwie mal hinkriegen würden. Naja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich können sie den wirklich nicht machen, während ich online bin. Ich habe jetzt eher gedacht, es geht halt... Sie müssen jetzt erstmal was extremst ummodeln, weil, ähm, wenn jetzt, so mit der beste Allianzler ever auf Horde transt, äh, um das Gleichgewicht wenigstens noch ein bisschen zu halten, ähm... Ja, wir werden gleich ein paar Server zusammengelegt danach. Richtig. Ja, nee, ähm... Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Weiß ich nicht. Du freust dich? Wieder Horde zu sein? Ja. Ich war da nie mit zufrieden, irgendwelchen... ...dreckigen Elfen zusammenspielen zu müssen. Das habe ich überhört. Das war so. Aha. So und nicht anders. Und du stellst dich wieder dahin, wo du gleich reniere vierte wirst. Ja. Aber ich kann ja unterbrechen, den vier. Ach, das ist ein Karst? Ich glaube. Und Karsten. Höh. Höh. Jetzt kann ich nicht unterbrechen. Ich habe nämlich CD. Jetzt habe ich ihn umsonst genutzt. Ach, ist das schön. Ähm. Ähm. Hier geblieben. Das musste ich machen. Der wollte mich hauen. Habe ich ihn auch gesehen. Ähm. Du ein. Das war genau geplant. Dass du nicht in den Dicken geführt wirst. Sie zeigen ja vorher an, wo man hingeführt wird. Hm. Genau. Du hast einen Addon-Führer. Ja, Mann. Zeigen die auch an, ob man nochmal geheilt wird. Von Dracason nicht steht da. Ja. Sag nicht, dass Addon funktioniert nicht. Na, anscheinend ja nicht. Hab dich ja gerade geheilt. Du willst, dass ich den Scheiß nochmal kriege, stimmt's? Nö. Ich will XP machen. Mhm. Wer es glaubt. Meine Schwester hat damals immer gesagt, wer es glaubt, wird seelisch. Den Spruch fand ich damals schon doof. Ja. So. Kommt her, meine Judsten. Na, dann mal gucken, was der Jute kann. Sterben. Der König. Ich hoffe, dass die Elis weiterkämpfen können, wenn der uns... Das weiß ich gar nicht. Aber irgendwie war das, glaub ich, so. Also mein Totem hat damals auf jeden Fall... Nee. Nee, bist du leider nicht. Aber mein Totem hat damals immer weitergeschossen. Achso. Mhm. 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 Ja, ist ja fast schon ein bisschen, ähm, anweilig. Ich bin irgendwas, ich hab irgendwas drauf und, was soll das jetzt? Was denn? Erfolg bekommen? Er hat doch noch extremst viel live. Ja, ich hab Schaden gemacht. Warum machst du das nicht immer? Naja, es ist halt, wenn ich halt einen aufgeladenen Erdschock hab. Hm, warum hast du den nicht immer? Okay, verstehe. Damit kleine, dicke Bären mich damit löchern können. Cool, find ich gut. Ja. Ja, ähm, Prüfung oder HDZ? Was sagst du? HDZ, auch wenn es wegtechnisch total ungünstig ist, aber... Okay. Alles andere ist irgendwie... Von Ogrimma kommt man ja relativ leicht hin. Also... Ja. Okay, dann, ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal in den Höhlen der Zeit. All right. Vielen Dank.